Als erstes müssen Sie das Auge gründlich reinigen und trocknen, sodass keine Make-up oder Wasserrückstände die Klebeeigenschaft beeinträchtigen. Die richtige Stelle zum Aufkleben der Stripes finden Sie, indem Sie das Augenlid leicht zusammendrücken. Sie erkennen so die natürliche Lidfalte. Bei größeren Augen und stärkeren Schlupflidern werden die Stripes leicht über der Augenlidfalte aufgeklebt, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Bevor Sie die Stripes aufkleben, ziehen Sie das Augenlid mit dem Finger hoch, sodass die Haut glatt ist. Kleben Sie nun den Stripe leicht über der Stelle an, an der die Lidfalte zu erkennen war. Falls Sie den Stripe nicht an der richtigen Stelle angebracht haben, verwenden Sie einen neuen, denn der Benutzte wird nicht mehr unsichtbar wirken. Wenn Sie den Stripe nicht an dertenen Stelle sind, können Sie die狹間 bzw. die We basketsueu� 한�code verabilienschen werden, sodass Sie das momento